Herzlich Willkommen zu einem neuen Kartentrick. Diesmal mit dem Kartentrick 1 aus 12. Die restlichen Kartentricks, also die Playlist zu den Kartentricks, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber jetzt fangen wir mit dem Kartentrick an. Am Anfang werde ich das Deck mal durchmischen. So, und jetzt werde ich einfach abwechselnd oben, unten, oben, unten eine Karte holen und sie so hinlegen. Weil der Trick 1 aus 12 heißt, mache ich logischerweise 12 Karten. Jetzt wird sich ein Zuschauer eine Karte ziehen. Und ich werde jetzt weggucken und er wird sie euch zeigen. Danach wird er eine Karte umtauschen, die er mit ihm auf dem Feld liegt. Tauscht sie um und sagt mir dann Bescheid. Wenn er fertig ist, dann bin ich jetzt. Jetzt, okay. Jetzt hat er irgendeine dieser Karten hier umgetauscht. Ich weiß nicht welche. Und jetzt werden wir erstmal alle umdrehen. So. Und jetzt werde ich euch sagen, welche Karte er hat. Aber irgendwie kann ich das nicht lesen. Ich glaube, wir machen erstmal alles zusammen am besten. Und jetzt machen wir ein paar Sternchen. Und damit nicht alle Karten nur von oben kommen, machen wir natürlich auch einen, wo die Karten nur von unten kommen. Ich sag dir irgendwie, die Karten oben waren präpariert. Und jetzt wird der Zuschauer auf einen dieser Stapel zeigen. Auf den. Okay. Das heißt, der kommt weg. Jetzt wird er auf noch einen zeigen. Auf den. Auf den. Jetzt wird er auf eine von diesen vier Menschkarten zeigen. Da kommt die noch eine. Da kommt die noch eine. Und am Ende. Eure Karten noch da. Ah, jetzt lassen die Pieks sieben. Okay. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und die Erklärung hierzu zu dem Trick, die werde ich euch auch unten in der Videoschreibung verlinken. Und wenn ihr euch der Kartentrick gefallen habt, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch.